Mit einem souveränen 14-0-Sieg gegen den FC Groningen startete der SV Werder sehr erfolgreich in diesem Testspiel-Nachmittag. Nun folgte Teil 2 dieses konditionellen Härtetests, so ja die Worte von Florian Krufeld vor diesem Samstag-Nachmittag. Wir springen in Minute 25, denn hier gab es ein erstes Mal richtig was zu sehen für die anwesenden Zuschauer. Der junge Gruev mit einer absoluten Top-Chance. Das Ganze aber überragend rausgespielt über Gruev, Gebris Selassi und am Ende Niklas Füllkrug. Als Bande, aber auch natürlich die Flugeinlage von Keeper Dennis Smarsch, dem ehemaligen Hertha-Torhüter. Alles andere als schlecht. Der zweite ist über Kapitän Marvin Knoll gefährlich, aber Torhüter Hessler muss da zum Glück nichts eingreifen. Den vergibt Marvin Knoll, der ehemalige Regensburger, etwas leichtfertig. Rasica, viel Platz für Rasica, Traumtor. Das schönste Tor des Tages. Bislang geht auf das Konto des Kosovaren. Da kann dann auch Dennis Smarsch nichts mehr machen. Das schauen wir uns sehr gerne nochmal an. Kurz vor dem Seitenwechsel haut hier Milot Rasica nochmal einen raus und bringt damit zur Pause die Werder-Mannschaft in Führung. Aber auch das gab wieder der Mannschaft Auftrieb. 57. Minute, eine herrliche Kombination. Selke diesmal als Vorbereiter für Max Jägestein. Eine herrliche und artistische Einlage vom Mittelfeld-Strategen. Leider fehlen hier am Ende die berühmt-berüchtigten Zentimeter. Aber das Ganze natürlich nach einer wirklich sehenswerten Vorarbeit von Selke. Zum Auftakt der Schlussphase, dann nochmal der FC St. Pauli und auch nochmal Kiefer Hesler. Kann hier den Schuss von Stürmer Dosun. Noch richtig gut parieren. Der war nicht so einfach zu halten. Minute 78, nochmal Selke, er wollte sein Tor unbedingt. Aber wie schon zum Auftakt der zweiten Spielhälfte, so scheitert er auch hier leider am Außennetz. Das Ganze auch gut eingeleitet mit dem Steilpass von Yuya Osako. Es war grundsätzlich eine ordentliche zweite Spielhälfte vom SV Werder Bremen. Es war auch schon die letzte Szene in einem durchaus interessanten Testspiel, aber eben auch in einem schwierigen Duell mit dem Zweitligisten aus St. Pauli. 1-0 der Erfolg für Milot Rashica und den SV Werder Bremen. Und damit bleibt die grün-weiße Mannschaft vom Osterdeich auch im fünften Testspiel unbesiegt.